Hallo, die Welt hat heute vier ausschlaggebende Überschriften für uns. Bezüglich ökonomisches Long-Covid, jetzt droht Deutschland der Wohlstandsknick. Hendrik Streeck, der Schutz durch den Impfstoff, wird überschätzt. Und die aktuellen Corona-Zahlen am toten Tiefpunkt. Nichtsdestotrotz, Spahn warnt vor 800er Sieben-Tage-Inzidenz im Oktober. Ja, Spahn warnt weiterhin, obwohl der Corona-Panik-Verbreitungstiefpunkt die Mehrheit der Deutschen längst kapiert haben. Spahns Impfstoff-Lüge ist längst geplatzt, aber der Pharma-Lobbyist macht einfach weiter. Resistent bis zum Untergang. Die Bild dagegen will nicht untergehen und ist deshalb am Puls der Bevölkerung. Sie berichtet heute, dass die Sirenen zum Teil mit Absicht nicht ausgelöst wurden. Und sie fragen, warum macht Spahn jetzt Panik? Könnte die weitere Panik-Verbreitung etwas mit dem Artikel in Anonymous News RU zu tun haben? Die Aufdeckung, dass die Pharma-Lobbyisten Spahn und Wieler den Lockdown schon vor dem Corona-Ausbruch planten? Ein hoher Mitarbeiter von Gesundheitsminister Spahn hat im Februar 2019 an einer international besetzten Pandemieübung teilgenommen, die von privat finanzierten US-Institutionen organisiert wurde. Ein Jahr später, im Februar 2020, empfahl der gleiche Beamte, mehreren Staatssekretären des Bundesinnenministeriums Lockdown-Maßnahmen vorzubereiten, die in keinem offiziellen Pandemieplan enthalten waren. Auf Nachfrage will er sich dazu aber nicht äußern. Ja, sie versuchen alles auszusitzen, äußern sich einfach nicht. Das wird den Politräubern aber nichts nutzen, denn es wird immer deutlicher. Corona wurde von langer Hand geplant und Panik sollten die Politiker jetzt langsam bekommen. Und dessen ist sich auch die CDU in Thüringen bewusst und will deshalb nicht an der Vertrauensfrage teilnehmen. Da man Angst hat, in der geheimen Abstimmung könnten Mitglieder der CDU für Björn Höcke abstimmen. Sogar die Fokus schreibt nun. Vertrauensfrage am Freitag. Thüringer CDU will Votum boykottieren aus Angst, dass deren Mitglieder AfD man Höcke wählen. Weiter geht's aber mit Menschen, die keine Angst haben und die Wahrheit aussprechen. Denn jetzt tritt auch ein irischer Eishockey-Star aus Protest gegen die Impfpässe zurück. Nile McEboe ist ein Eishockey-Spieler, der Irland in den letzten 13 Jahren vertrat. Er war ein wichtiges Mitglied des Kaders. Jetzt schickte Nile seinen Teamkollegen und den Trainern der irischen Eishockey-Nationalmannschaft ein E-Mail, um seinen Rücktritt auszuschreiben. In der E-Mail sagte Nile, dass er ein Land nicht mehr vertreten kann, dass der Diskriminierung und Trennung zwischen geimpften Menschen und ungeimpften Menschen zugestimmt hat. Nile McEboe, ein Spitzensportler und Ehrenmann. Bleiben wir bei Ehrenmännern. Einer, bei dem ich mich jedes Mal freue, wenn ich ihn in der Zeitung sehe, ist Hubert Aiwanger. Denn in RT.de zog der Chef der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident Bayerns in einem Interview Grenzen zu den anderen Parteien. Er wirft den Grünen Mobbing gegen alte, weiße Männer vor. Und apropos Männer mit Rückgrat. Einige davon stellen jetzt Strafanzeige wegen dem Systemversagen der Flutkatastrophe mit Ansage. Sie stellen Strafanzeige gegen Armin Laschet und Horst Seehofer. Wegen Totschlag durch Unterlassen. Paragraf 212, 13 Strafgesetzbuch. In weit mehr als 100 Fällen haben diese sich nämlich anscheinend strafbar gemacht. Totschlag durch Unterlassen. Und sie haben sich nicht nur anscheinend strafbar gemacht. Sie stellen jeden, der es wagt, die Wahrheit auszusprechen, als Reichsbürger und Rechtsextrem jetzt hin. Halb Deutschland ist inzwischen Rechtsextrem. Max Otte twitterte dazu, es hat durchaus eine gewisse Logik. Deutsche, die Deutschen helfen wollen, als Rechtsextrem zu brandmarken. Denn solche Hilfe stärkt das Vertrauen, den Zusammenhalt und die Solidarität im Land. Und genau das wollen etliche der Herrschenden auf gar keinen Fall. Und was macht in der Zeit eigentlich das Merkel-Unrecht-Regime, fragen wir uns. Merkel hat ja anscheinend schon ihren Anruf getätigt. Hochwasser? Sind Flüchtlinge betroffen? Nein? Gut. Dann sagen sie den Menschen, die schon länger hier leben. Das schaffen die schon. Und auch ihre endlich allerletzte Pressekonferenz hatte Merkel nun. Fokus berichtet. Gestammel, Ausflüchte, Worthülsen. Warnungen vor Flut, Pressekonferenz der Regierung ist eine Bankrotterklärung. Ja, in der Zeit, in der sich die Politiker weltweit immer mehr um Kopf und Kragen reden. In der Zeit engagieren sich dagegen aufrechte Menschen und führen Interviews mit Menschen, die gegen das Regime in ihrem Land angehen. In Österreich traf die Wochenblick. Mutige Studenten von Studenten stehen auf. Diese wollen endlich wieder ihre Uni besuchen und fordern Freiheit und Freiwilligkeit. Zudem fordern sie uneingeschränkte Lehrtätigkeit für Ungeimpfte und Ungetestete. Diese aufrechten Studenten plädieren für Rückkehr zur Vernunft. Und apropos Vernunft. Etwas, das die Linksdemokraten nicht kennen. Denn in den USA hat der Linksdemokrat Biden das Land nun komplett gespalten. Und deswegen wollen laut die Freie Welt die Republikaner in den Südstaaten nun ihre eigene Nation. Bis zu zwei Drittel der republikanischen Wähler in den Südstaaten der USA wollen sich von Washington lossagen und verlangen die Gründung einer eigenen unabhängigen Nation. Es droht eine Sezession wie 1861. Auch im Westen droht eine Abspaltung. Allerdings seitens der Wähler der Demokraten. Die wollen einen unabhängigen Weststaat unter Führung Kaliforniens. Na das kann ja was geben. Waren sie in den letzten Jahren mal in Kalifornien, vielleicht in San Francisco? Haben sie gesehen, was dort los ist bezüglich Obdachlosen? Waren sie mal in Seattle in der letzten Zeit? Da wollen sie nicht hin, glauben sie mir. Denn wo die Linksdemokraten herrschen, da herrscht Unrecht und Unterdrückung. Auf Kosten der Armen. Aber wäre diese Abspaltung der Nation nicht auch eine gute Idee für Deutschland? So wie es eine gute Idee der Franzosen ist, jetzt mit Millionen Menschen auf der Straße gegen Macron's Impfdiktatur zu demonstrieren? Und auch wir hier in Deutschland in den nächsten Tagen Großdemos auch in Berlin haben werden. Und für diejenigen, die dort nicht dabei sein können, sich aber trotzdem engagieren möchten, ganz gleich wo sie leben, gibt es etwas, das die Verbreitung der Wahrheit pushen kann. Und zwar einen ganz besonderen Aufkleber, den ich entdeckt habe. Denn ich habe im Leben festgestellt, ein einziges aussagekräftiges Bild mit einem einzigen deutlichen Satz hat stets die stärkste Wirkung. Deswegen, hier ist er, der Aufkleber, der uns hilft, die Wahrheit zu verbreiten, der Bevölkerung zu helfen, nicht mehr länger Duckmäuser zu sein, ihr Rückgrat endlich wiederzufinden. Und wir können mit einem einzigen Kompaktaufkleber deutlich zeigen, was wir vom Merkel-Regime halten. Denn dieser Aufkleber zeigt Merkel, die hinter Gittern sitzt. Und zwei Wörter, die deutlicher nicht gehen. Merkel? Fragezeichen. Verhaften. Ausrufezeichen. Denn damit ist alles gesagt. Der Link zum Aufkleber ist hier unten. Einfach draufklicken. Danke an jeden von euch für euren Einsatz. Und je mehr von uns sich diesen starken Aufkleber besorgen und überall aufkleben, natürlich immer im legalen Bereich, Tasche, Türen, Fahrrad, Auto, natürlich nur von uns selbst, überall einfach, desto mehr Wirkung wird er haben. Schaut genau hin und geht aufrecht durchs Leben. Eure Miriam Hope EUR Bir TP EUR Boat EUR 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 Untertitelung des ZDF, 2020